Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3 mit dem Maik und dem Fred. So wie beim letzten Mal auf Noscha Kanäle Eroberung. Schon wieder alle in einem Squat. Ja, der Erik ist mal wieder mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Achtung, Kelly. Oh, das ist ein Panzer. Hey, das ist ein Panzer. Easy. Warte, noch nicht fahren, noch nicht fahren. Wir können den Panzer. Sechs Stück. Hammer, geil. Ja, komm mal rein. Achso, er macht gerade C4. Geil. Warte, nicht. So, jetzt. Du bist noch Passagier, Erik. Nee, ich kann schießen. Ja, mit deiner Pistole. Nee, ich kann auch schießen einfach, oder? Geil. Ich bin alle dröscht. Voll geil, ich kann auch schießen von der Seite aus. Mit deiner eigenen Pistole, oder? Nee, ich hab schon irgend so ein Gewehr, glaub ich. Toll. Aua. Und wo bin ich denn beschissen? Ja, von hinten. Aber da kann ich leider nicht hingucken. Achtung, wir haben das Einsatzziel verloren. Oh, lol. Oh, lol. Alfred, du hast, glaub ich, die Raketen oder so, ne? Nee. Nee? Die hab ich. Ach, die hast du. Okay. Aussteigen, eh wird eingenommen. Achso, okay. Ich bin da ausgestiegen. Wir sollten den Panzer aber nicht unbes... Ach, egal, weißt du was. Ich beobachte mal das Ganze von oben, ne? Hier. Ja, klar. Da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. Wo? Der, der hat unseren Panzer. Das kann nicht wahr sein. Achtung! Oh Gott! Warte, er hat unseren Panzer? Ja, der, der hat den Panzer. Los, zünde das C4. Oh, du hast ihn erwischt, Alter. War übel. Ich war da direkt daneben und hab's aufgenommen. Boah, erst mal dippen, Alter. Erst mal dippen. Boah, ja. Spürst du das, du Homo? So geil, einfach nur. Boah, ey. Ach, schön, ey. Genau deswegen hab ich das gemacht. Fest drauf, wenn die den nehmen. Ja, ohne Witz, ey. Das war richtig nice. Oh, da kommt ein Wagen hoch, ey. Alter. Bäm, drin. Voll dagegen gesprungen. Ah, da ist der Panzer. Von wo? Wow, der Wagen ist gerade explodiert. Oh, okay. Wir haben alle Punkte. Mein Gott, wie gut wir sind. Obwohl wir, ja gut, 4 gegen 4. Ja, 4 gegen 4. Ja, 4 gegen 4 und 3 Leute verhandeln. Verhandeln eine bei Auto, ey. Ja, und was macht der eigentlich der Einzelne da? Wo ist der eigentlich? Ach, der, der ist ein Ding, der ist im Heli. Ach, ne, nicht im Heli, sondern im Jet. Im Jet. Ja. Ich frag mich, wo die anderen sind. So ne große Map. So ne große Map und trotzdem so wenig Spieler, das ist echt krass. Ich glaub einer vor jetzt vom Flugzeugträger. Ja, einer, einer Gegner ist vom Flugzeugträger aus. Ja, okay. Hab schießen. Okay. Aber wir fahren einfach mal planlos dagegen, solange uns alle gehören, ne? Ja. Lass einfach zu Fuß gehen, ist witziger. Ich glaub mal hier stehen. Ich glaub mal hier stehen. Bist du uns erwischt, oder wat? Ja, genau. Okay, wir müssen gleich rausspringen. Wenn wir, wenn wir einen Panzer sehen, fahren wir auf dem Panzer zu und dann sag ich raus. Und dann sag ich jetzt und dann müssen wir alle raus. Und dann zünden wir das C4, oder was? Genau. Guck mal geil, ey. Wir, wir planen einfach alles so richtig mega, weißt du? Wir sind einfach so, ne? Wenn wir mal was sehen würden. Das stimmt, wir sehen nix. Guck dir den ganzen, äh, ganzen Wagen voller C4, mach einfach nur. Nein, du kannst aber nur 4 C4 oder so setzen. Achso, oh. Warte mal. Ich hab hier 6. Ja, okay, 6. Ja, lass mal weiterfahren, ein bisschen. Oh, leid, jetzt bin ich am Geschütz. Oh Gott. Toll. Erstmal Fred abschießen. Oh, da zuckt der Junge, ey. Lass mal ein bisschen rumfahren, sonst ist das so lang. Ja, ja. Für die Aufnahme. Los. Mal von hinten. Ich glaube, wir werden von hinten beschossen. Ja, von irgendwas. Oh Gott. Feuerwehr? Bei deinem Panzer? Wo? Ja, doch, da steht er noch. Alter. Schreck mich nicht. Ne, wir brauchen... Oh. Wir sind ja noch zu dritten, ne? Wisst ihr das eigentlich? Oh, lol. Wird es... Oh, Hubschrauber. Heli. Ja. Die sind da alle 3 drin. Das ist ne Viper. Meinst du nicht 4? Alle, alle 4 oder? Oh, lol. Wir haben das Einsatzziel neutralisiert. Ich wiederhole, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Oh, komm, Panzer. Sind da alle drin? Da können zwei rein. Ach, schade. Okay. Sorry, Fred. Ich bin grad bei E. Na ja, dann. Lol. Der Heli hat grad einen abgesetzt bei E. Ach Gott, ey. Weißt du, wir kommen überall im Battlefield durch, aber nicht durch so ne scheiß Barrikade, willst du dich verarschen? Der schießt hin. Achtung! Das Einsatzziel wurde... Die haben A. Echt? Okay, auf zu A. Und die nehmen B grade ein. Diese Schweine. Egal. Wir haben einen Panzer. Was wollen die machen? Da ist noch einer. Ich nehme E einen. Da ist was. Schießt ab. Schießt ab, was da oben ist. Wir wissen nicht. Seht ihr nicht? Der ist hier vor uns. Warte, steck aus. Ne. Nein! Ah, verdammt. Das ist ein M-Track. Das ist ein extrem robustes Panzer, Alter. Das ist ein extrem robustes Panzer, Alter. Ich bin im Haus, ich musste fliehen. Ja gut, das ist gut. Ich spawn bei dir. Überlebe nur. Sieben Prozent, Alter. Weil ich bin Pionier. Oh ja. Ah, dann spawn bei mir, wenn du Pionier bist. Achtung. Wir haben das Einsatzziel verloren. Wir haben das Einsatzziel verloren. Oh ja. Ich bin zu... Ich laufe mal weiter zu A. Alter, wenn... Ein Pionier könnte ich gut gebrauchen. Ja. Ich bin leider Sturmsoldat. Ja, dieser Idiot in seiner Viper versucht mich die ganze Zeit zu töten. Los, belebt mich wieder! Hey! 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 Belebt mich wieder! Ich bin schon lange weg! Wie du bist weg? Ich bin schon lange weg, ich bin hier nicht mal hinterher gelaufen. Du hast gesagt, ich laufe zu A. Alter. Ich höre einen Hubschrauber. Oh nein. Wir müssen zu E. Bei E ist der Helikopter. Ich bin gerade bei A. Da ist er nämlich auch gerade im Helikopter. Ich hab ihn. Ich hab ihn aus dem Cockpit raus geschossen. Boah, mal geil. Gut gemacht. Maik hat sich erst mal nen Jet geschnappt. Damnit! Oh, verdammt. Bei A sind sie wieder. Wow, Fred! Pass auf! Oh, Mist. Brauchst du immer noch nen Pionier? Fred? Ne. Okay. Lol. Auf mich wird geschossen! Wo ist eh? Nein. Da war ein Jet hinter mir. Da war ein Jet hinter mir. Da war ein Marsch der Welt, Alter. Alter. Okay, der Jetflieger ist mega, der Bekloppte. Ich glaub, die, die, ne, die neben uns grad hart anal, ne, und so. Wir verlieren, Alter. Verdammt. Lol, wo, wo? Wo beschossen? Auf dem Container liegt einer. Sag's bloß nicht, der hat uns beide gelegt. Doch, hat er. Sag's bloß nicht. Doch, er hat. Verdammt. Dammit! Oh, Scheiße. Ich glaub, ich glaub, wir werden das verlieren, ey. So, wie das hier aussieht. Muss ich verarschen, Alter. Schießt er erstmal mit nem fucking RPG auf mich hin. Verdammt! Ist doch scheiße, ey. Ich kann die Schuld nur auf Fred schieben, denn er hat diesen Server ausgesucht. LOL! What? Ich nehm jetzt mal wieder. Ich nehm jetzt mal wieder. Ich nehm jetzt mal wieder. Ne, ich bin wieder tot. Du musst dir aus seinem verkerten Cockpit rausschießen. Ne, ich bin wieder tot. Wo ist eine Idee? Ich glaub, ich bin jetzt auch mal Pionier. Ich glaub, ich bin jetzt auch mal Pionier. ich hab's gerade gesehen Alter ich mache so zu übelst fertig Boah, Junge, Mann Oh Gott Verdammt Sollen wir uns nicht lieber einen neuen Server suchen? Ja Weil, ehrlich gesagt, wir sind zu wenig Spieler hier drin Okay, Leute, wir sehen uns einfach gleich Obwohl, ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder Ich glaub, die Folge war jetzt ziemlich kurz Aber dann wird die nächste eben ein bisschen länger Also auch dran, bis dahin, ciao Tschüss